Hast du vielleicht ein Getriebe für meinen Cadillac? Wollen Sie ihn mal ansehen? Nein, 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 wirklich nicht nötig. Alibaba! Eins, zwei, drei. Scheiße, die Batterien sind alle. Ich kann nur Papier. Ich wusste, die Farben gehen raus! Du hast dir einen fremden Cadillac unter den Nagel gerissen. Ah, willkommen. Genau, die einzige Sprache, die so ein Arschloch versteht, ist eine Türk-Prügel. Dem brennen wir eins auf! Wann ich sterbe? Halt so schnell, ihr fütterlösen Fackerts! Warum sagst du denn sowas? Wir kriegen echt Respekt, wenn die Englische... Hast du verstanden, was der sagt? True, tut mir leid, wir haben versagt. Das habt ihr, und wer nicht hören will, muss fühlen. Share the pillow in the bed. Share the pillow in the bed. Hm?